Startposition Schlägerkopf nach oben, linke Hand locker am Schlägerherz und bewege dich vor dem Schlag. Splittstep, spring hoch kurz bevor der Gegner schlägt und lande auf den Fußbein im Moment des gegnerischen Schlages. Bewege dich dann zum Ball. Letzter großer Schritt mit rechts nach vorne Richtung Ball. Treffpunkt, einhändige Rückhand aus geschlossener Fußstellung. Rechter Fuß vor dem linken und die Kniestrecken. Endposition, das Gewicht ist auf dem rechten Fuß. Knie stark beugen beim Schritt nach vorne und beim Schlag die Knie strecken. Trainingsaufgabe Trainingsaufgabe Spiele 10 Rückhände hintereinander, zähle deine Treffer ins Feld. Nach jedem Schlag wieder zurück in die Startposition und halte dabei immer den Blick nach vorne. Erhöhe dann die Schlaggeschwindigkeit, ohne die Anzahl der Fehler zu erhöhen. Tschüss. yn An cálha steri. Sägeuh SHL. kontorn. hineinfark. extrem. Untertitelung des ZDF, 2020